10 Frühwarnzeichen für eine Schwermetallvergiftung. Ja, vielleicht wurde Ihnen Amalgam entfernt, ohne Schutz, ohne Ausleitung. Oder Sie haben schon von der Giftigkeit von Schwermetallen gehört und haben sich schon immer gefragt, was macht das eigentlich für Symptome? Was macht das mit mir? Wenn ja, dann sind Sie hier richtig in diesem Video. Hier gehe ich über die 10 wichtigsten Symptome mal wie im Eilflug drüber. Und ich kann Ihnen eins versprechen, ich zeige Ihnen in einigen Augenblicken ein atemberaubendes Video, sodass Sie sofort verstehen können, warum sind Schwermetalle denn eigentlich so giftig? Und warum können Sie so intensiv in unseren Stoffwechsel eingreifen? Ganz herzlich willkommen, mein Name ist Dr. Ulrich Selz. Ich beschäftige mich intensiv mit den Schwermetallen. Ich bin niedergelassener Arzt und zusätzlich habe ich ein Hobby neben der Chemie. Es ist auch die Feuerwehr. Ich bin also Fachberater für atomare, biologische und chemische Ereignisse. Wir haben hier in meinem Freistaat Bayern etwa 50 Sachkundige, die das machen und die Feuerwehreinsatzleitung beraten. Deswegen, ja, Giftstoffe, das ist ein kleines Hobby von mir. Und ich habe schon mittlerweile zwischen 35.000 und 40.000 Schwermetallausleitungen gemacht. Also Schwermetalle, das ist so mein Thema. Und ich sehe immer und immer wieder, dass Menschen ja gar keine Idee haben und auch Therapeuten gar nicht daran denken, dass vielleicht hinter dem einen oder anderen Problem eine waschechte, veritable Schwermetallvergiftung stehen könnte. Und hier möchte ich mal zwei Begriffe etwas klären. Sie haben einmal hier die Frühwarnsymptome und einmal habe ich geschrieben Therapieblockaden. Was sind Therapieblockaden? Therapieblockaden ist oder eine Therapieblockade ist letzten Endes, wenn es bei Ihnen nicht weitergeht. Wenn Sie x Sachen unternehmen und ausleiten, ausscheiden, Darmaufbau machen, bioidentische Hormontherapie, was auch immer. Aber Sie merken davon keinen Fortschritt. Dann könnte es sich um eine Therapieblockade handeln. Und gerade die Schwermetalle sind hier einfach sehr, sehr bekannt für Therapieblockaden. Ein wahnsinniges Problem. Warum? Wie schon erwähnt, Sie greifen einfach tief in den Stoffwechsel ein. Und wir haben ein weiteres Problem. Die Leber kann Schwermetalle nicht entgiften. Warum ist das so? Die Schwermetalle krallen sich wie mit einem ganz, ganz starken Magneten kleben sie an den körpereigenen Eiweißen. Sie krallen sich sozusagen richtig rein in die Moleküle. Und hier sehen wir einfach ein wahnsinniges Problem für die Leber. Sie ist nicht in der Lage mit ihren biochemischen Maßnahmen, die ja im Wesentlichen darin bestehen, dass die Leber Giftstoffe umwandelt und dann ausscheidungsfähig macht, sprich wasserlöslich macht. Die Leber kommt hier an die Schwermetalle nicht ran. Vielleicht zum ganz minimalsten Anteil freie Schwermetalle, die gerade so in der Blutbahn rumschwirren. Aber der Großteil der Schwermetalle befindet sich eben im Bindegewebe. Es ist abgelagert und da klebt es einfach an den metallen, Entschuldigung, an den körpereigenen Eiweißen dran. Und das ist das Problem. Warum sind Schwermetalle giftig? Bevor ich Ihnen gleich diesen Film zeige, gehen wir hier kurz darauf ein. Sie blockieren einfach den Stoffwechsel. Sie werden es gleich sehen. Man muss sich den Stoffwechsel als nichts Abstraktes vorstellen, sondern es ist wie in einer Fabrik, wie in einer Automobilfabrik. Da werden irgendwie Moleküle herangeschraubt, Moleküle wieder abgeschnitten, zusammengefasst, rausgetragen aus der Zelle. Lauter solche Sachen passieren da. Und genau das ist das Problem, dass eben Schwermetalle hier tief eingreifen. Und was machen sie noch? Sie blockieren die Leberentgiftung. Das heißt, ich habe hier schon auf meinem Kanal viele Videos zur Leberentgiftung gemacht. Und genau das funktioniert eben mit den Schwermetallen nicht. Beziehungsweise die Schwermetalle schädigen unsere Biotransformation noch weiter. Das ist ein Riesenproblem. Was sie auch machen, sie verdrängen Calcium, Magnesium, Zink. Sprich, sie verdrängen die guten Stoffe aus ihren Verbindungen und kleben sich selber in Proteinverbindungen, Eiweißverbindungen rein. Und das ist ein riesengroßes Problem, was halt letzten Endes bis zum Auslösen von Krebs führen kann, bevor wir jetzt auf die einzelnen Symptome eingehen. Und es sind gerade die sensiblen Gewebe, sage ich mal, die hier ganz besonders darunter leiden. So, ich habe Ihnen einen Film versprochen und hier kommt er. Da sehen Sie jetzt mal einen animierten Film. Es sind Aufnahmen von der Harvard University. Die hat also diesen, ja, Harvard University hat diesen Film in Auftrag gegeben. Und anhand von elektronenmikroskopischen Aufnahmen hat man hier also diesen schönen Animationsfilm erstellt. Wir fahren jetzt hier quasi mal mit der Kamera durch die Zelle. Sie sehen hier die einzelnen Strukturen, wie die Zelle im Inneren aufgebaut ist. Und Sie werden gleich biochemische Vorgänge sehen. Wie hier beispielsweise wird eben jetzt eine Struktur aufgebaut aus Eiweißen, damit die Zelle ihre Form letzten Endes bekommt und auch erhält. Sie sehen hier ein Schneideprotein. Hier wird also eine Kette abgeschnitten. Wie von magischer Hand werden hier Strukturproteine aufgebaut. Und ich finde es immer wieder faszinierend, dieser Aufbau, dieser Abbau, dieser Stoffwechsel, finde ich ganz faszinierend. Ebenso hier dieses Motorprotein in diesem Müllsack da hinten. Da sind tatsächlich Stoffe drin, die aus der Zelle rausgeschafft werden können oder müssen. Und so funktioniert es tatsächlich jetzt in dieser Sekunde auch in Ihrem Körper, wo Sie dieses Video anschauen. Hier rechts oben im Bild sehen Sie also ein Mitochondrium, das so ähnlich ausschaut wie so eine Seekuh. Und ja, Sie sehen hier, wie Proteine aufgebaut werden und wie sie abgelesen werden von der Messenger-RNA, wie sie dann gebildet werden. Ja, so ähnlich wie Kinder mit Lego-Bausteinchen spielen. Und das sind eben diese Stoffwechselprozesse, die durch Schwermetalle blockiert werden können. Wieso greifen da Schwermetalle ein? Sie können eben diese Strukturen blockieren. Sie können diese Funktion dieser Moleküle blockieren. Die Moleküle sind zwar da, aber sie können dann nicht mehr funktionieren. Und das ist das Problem letzten Endes von Schwermetallen. Hier sehen wir wieder dieses süße Eiweiß, dieses Motorprotein, wie es das ein Giftsäcklein rausschleppt. Also man kann stundenlang zusehen. Ein grandioses Video, wenn Sie das anschauen möchten. The inner life of a cell. Das Innenleben einer Zelle. So, gehen wir aber zurück zu unserem eigentlichen Thema. Schwermetalle sind gesundheitsschädlich, sind schwer gesundheitsschädlich. Das hat auch dazu geführt, dass hier Quecksilber verboten wurde. Sie sehen hier die Zahlen. Russland wurde Amalgam verboten 1985. Japan ebenfalls. Schweben seit 1991. Und die BAD hat es jetzt endlich seit 2018 zumindest für Schwangere und für die Kinder verboten. Aber letzten Endes ist es immer noch erlaubt, wenn Erwachsene quasi hier versorgt werden, dass Amalgam verwendet werden darf. Und kommen wir hier gleich zum Thema. Das Thema sind Hormonstörungen. Das sieht man immer und immer und immer wieder. Frauen, die nicht schwanger werden können beispielsweise, haben häufig ein Hormonproblem. Dort gab es also von der Uni München sehr, sehr gute Daten, sehr, sehr gute Studien drüber. Immer wieder Abgänge, auch wenn die Frucht nicht hält. Warum? Ein Quecksilberproblem beispielsweise oder Hormonprobleme können hier einen Progesteronmangel beispielsweise auslösen. Und dieser Progesteronmangel ist dann dafür zuständig, dass die Frucht nicht mehr hält. Dass Abgänge kommen, dass die Regelblutung zu früh kommt, zu spät kommt, zu stark kommt. Brustziehen, Brustspannung. Das sind Themen. Auch Migräne beispielsweise. Das sind Hormonmangelzustände, Progesteronmangelzustände, die ich Ihnen jetzt beschrieben habe. Und das kommt eben häufig vor, wenn Schwermetalle, vor allem Quecksilber im Spiel ist. Und ich habe diese Fälle in der Praxis immer und immer wieder seit xx Jahren. Und hier, wenn man dann mal bioidentische Hormone verschreibt, also bioidentische Hormone sind Hormone, so wie sie im Körper vorkommen. Wir können also schauen oder wir können die Hormone so geben, wie der Körper sie produziert, nennt sich dann bioidentisch. Und wenn diese bioidentische Hormontherapie nicht vertragen wird oder wenn sie keine großen Erfolge zeigt. Und ich kann mir vorstellen, dass wahnsinnig viele Frauen unter diesem Video kommentieren werden, dass es genauso ist bei Ihnen. Dann müssen Sie an ein Schwermetallproblem denken. Das ist hier wirklich ein Tipp von mir. Das sehe ich ganz, ganz häufig, ganz, ganz häufig in der Praxis. Es kann natürlich auch noch andere Organe betreffen bezüglich des Hormonsystems. Wir wissen eben, Fortpflanzung, die Männer sind betroffen mit schlechter Spermienqualität. Wir wissen, dass die Schilddrüse ganz, ganz sensibel reagiert auf Schwermetallbelastungen. Hier gibt es also, aus Amerika hat man Studien gezeigt, dass eben Hashimoto-Patienten beispielsweise häufig an einer Schwermetallbelastung leiden. Auch insbesondere Quecksilber ist hier beteiligt. Und dann kann es auch zu Störungen der Nebennierenrindenfunktion kommen. Also die Stressachse, Stichwort Adrenalfatigue, kann eben hier auch als Grundlage eine Hormonstörung durch Schwermetallbelastung haben. An das denkt keiner. Dann werden die Leute ganz, ganz lange behandelt und das wird zumindest nicht mal ausgeschlossen. Und dieses Video soll dazu beitragen, dass Sie das auf dem Bildschirm haben und im Hinterstübchen und im Hinterkopf haben und sagen, okay, daran muss ich auch denken. Und wenn Sie so eine Regulationsblockade erfahren, dann denken Sie bitte daran, an so eine Schwermetallbelastung. Gehen wir weiter. Ich habe gerade gesagt, Quecksilber macht häufig dieses Progesteron-Problem und auch das Problem mit den Schilddusen-Hormonen. Aber wir haben noch andere Schwermetalle wie beispielsweise Cadmium. Also bei Rauchern findet man sehr häufig Cadmium im Zigarettenrauch. Dort geht es eben auf die Nebenniere beispielsweise. Und wir haben Blei. Blei ist ein Riesenthema. Also nicht nur durch das verbleite Benzin. Ich habe das früher als Kind wahnsinnig gern gehochen an der Tankstelle. Wem ging es auch so? Aber Blei ist immer noch nach wie vor ein großes Problem für unsere Gesellschaft. Warum? Über das Wasser, über das Trinkwasser. Nicht wie das Trinkwasser aus dem Wasserwerk kommt und auch nicht wie es über ihre Rohrleitung kommt. Weil die Rohrleitungen sind schon lange bleifrei und es ist verboten, das Blei letzten Endes dort als Rohrleitung zu verbauen. Nein, es sind die Wasserhähne. Und selbst namhafte Hersteller schreiben jetzt schon drauf bleifreier Wasserhahn. Das Geheimnis liegt hier leider Gottes in der Messinglegierung, die zum ganz, ganz minimalen Prozentteil eben Blei enthalten darf. Und so haben wir immer wieder Bleibelastungen in Schulen, in Gymnasien, in Rathäusern, wie es beispielsweise hier auch eben in meiner Heimatstadt ganz kürzlich erst war. Ein Gymnasium, zwei Grundschulen, ein Teil des Rathauses, öffentliche Gebäude und so weiter betroffen. Und dann hat man lange Zeit gesucht, bis man erkannt hat, Mensch, es sind die Wasserhähne. Es ist also nicht irgendwie unten im Haus in der Wasserversorgung, sondern es ist der Wasserhahn die letzten 30 Zentimeter, die die Bleibelastung dann hervorgerufen hat letzten Endes. Arsen haben wir auch mit der Schilddrüse, mit der Hypophyse und auch mit den Nebennieren. Sie haben es vielleicht mitbekommen, Arsen eine große Belastung oder ging durch die Presse vor einigen Jahren eben mit dem Reis. Schwermetalle haben eine ganz, ganz schlechte Eigenschaft. Sie greifen das ZNS an, das zentrale Nervensystem. Sie können hier Konzentrationsstörungen als Frühwarnsymptom auslösen. Auch Lernprobleme und all diese Dinge können eben hier schwermetallbedingt sein. Konzentrationsprobleme, Gedächtnisstörungen, Vergesslichkeit und bei Kindern häufig Lernstörungen. Ja, ich finde Kinder mit Schwermetallbelastungen häufig dann über die Mutter weitergegeben. Denn die Mutter kann sich blöderweise entgiften, sage ich mal, über den Aufbau des Fötus. Und hier gibt es auch wissenschaftliche Daten, dass das so ist, dass praktisch die Schwermetallbelastung der Mutter ins Baby, ins Kind übergehen kann. Leider Gottes. Aber es kann mit den Nervenstörungen noch schlimmer werden. Und zwar, es kann richtig zu Krankheiten ausarten. Denken Sie an die Multiple Sklerose. Und was eben die Schwermetalle machen können, ist die Zerstörung der Myelinscheide. Ich möchte Ihnen das mal kurz skizzieren. Und zwar ist es so, dass wir hier ganz interessant im Körper den Nerven haben und die Reizweiterleitung des Nervens. Moment, ich schalte mal hier rum. Die Reizweiterleitung des Nervens, also durch den Nerven, ist jetzt nicht so wie ein Fluss, dass hier diese Weiterleitung eines Nerven, angenommen hier hinten haben wir eine Hand und da vorne haben wir quasi das Gehirn. Und das Gehirn sagt der Hand, grob gesprochen, bitte bewegt dich mal, dass diese Reizweiterleitung jetzt nicht durch die Nerven hier so durchgeht, sondern es gibt die sogenannten Rang-Wirschen-Schnürringe. Das sind also hier, Sie können sich so vorstellen, wie Donuts ungefähr um den Nerven herum. Und wir sagen dann, dass die Reizweiterleitung springt. Und das heißt, der Reiz, der Befehl, der geht eben nicht hier wie ein Boot, das durch den Fluss durchschwimmt, sondern es springt hier von Engstelle zu Engstelle, wie auf sieben Meilenstiefeln. Und dadurch geht die Reizweiterleitung sehr, sehr viel schneller durch den Nerven hindurch. Und das sind, wie gesagt, die sogenannten Rang-Wirschen-Schnürringe. Und die werden eben hier gebaut. Das sind also von Fett, so kann man sich das vorstellen, von der sogenannten Myelinscheide, ganz grob gesprochen. Und das ist eben etwas, was dann leider Gottes bei Angegriffen wird. Und dann haben wir das Problem, dass eben Nervenstörungen kommen können. Und so ist es eben hier. Multiple Sklerose, Zerstörung der Myelinscheide beispielsweise, das kann unter anderem Quecksilber machen. Und es gibt Daten, dass eben Aluminium beispielsweise mit Alzheimer in Verbindung steht. Viele Patienten entwickeln dann eine sogenannte Polyneuropathie. Hatte ich heute auch erst wieder einen in der Praxis. Polyneuropathie, also Ameisenlaufen, Gefühlsstörungen in den Beinen und so weiter. Eben wenn die peripheren Nerven angegriffen werden. Und dann kommen eben Parästhesien, Gefühlsstörungen, dumpfe Reizweiterleitung und Störungen des Temperaturempfindens beispielsweise und solche Dinge. Was es auch geben kann, sind tatsächlich die sogenannten motorischen Störungen. Das bedeutet, wir haben also eine Verbindung zwischen Nerv und Muskel. Also wenn die Hand jetzt zugreifen soll, dann muss ja quasi das Signal des Gehirns über den Nerven weitergeleitet werden. Und irgendwann mal am Ende des Tages oder am Ende dieser Leitung auf den Muskel übergehen. Und hier kann es zu Problemen kommen, dass quasi dieser muskuläre Befehl oder diese Schnittstelle nicht mehr richtig funktioniert. Und dann hat man halt eben massive Probleme, seine Muskeln koordiniert zu bewegen, beziehungsweise rauscht dann vielleicht sogar hier in einen Lähmungszustand hinein. Und wenn es ganz schlimm wird, haben wir Verhaltensstörungen bis hin zur Psychose bei Schwermetallbelastungen und Depressionen letzten Endes kann es auch geben. Ich möchte hier ein Fallbeispiel nennen. Ein Bekannter von mir meldet sich in der Praxis vor einigen Jahren und sagt, es geht ihm nicht gut, er hatte einen Unfall. Dann sage ich, was ist passiert? Ja, er hat also hobbymäßig Bauzäune geschweißt, also diese grobmaschigen Bauzäune. Und die werden halt immer wieder, wenn ein Baufahrzeug da rankommt oder durch Gewalt oder was auch immer, Randalierer, werden die kaputt. Und da müssen die geschweißt werden. Und das war so sein Nebenjob. Und bei diesem Nebenjob gab es dann einen sogenannten Verblitzungsunfall. Das bedeutet, es ist also so ein Kurzschluss entstanden, ein Lichtbogen und es gab eine Verdampfung. Und man muss wissen, dass früher also mit bleihaltigen Kathoden, Dioden, Anoden geschweißt wurde. So genau kenne ich mich auch nicht aus. Aber letzten Endes, dieser Kurzschluss hat dazu geführt, dass eben hier eine Verblitzung, eine Verpuffung, eine Verdampfung stattgefunden hat. Und diese Elektrode ist eben geschmolzen. Und das war sein Problem. Ich habe dann den Verdacht geäußert, dass er eben hier ein Schwermetallproblem insbesondere mit Blei haben könnte. Und er hat dann zugestimmt, dass man das mal überprüft. Und was kam raus? Absolut hohe, mega hohe Bleiwerte, so wie ich sie noch nie gesehen habe. Und ich habe ihm gesagt, er hatte vorher keine Depressionsanamnese. Ich habe ihm gesagt, pass auf, diese Depression, die ist wahrscheinlich durch das Blei entstanden. Und wir haben hier wirklich einen guten Ansatz und wir holen das Blei einfach raus und dir geht es besser. Er ist dann parallel in Behandlung gekommen bei einem Psychiater. Also Psychiater ist ein Arzt für die Psyche. Und der Psychiater war allerdings der festen Überzeugung, dass das, was ich da sage, alles Quatsch ist, dass er überhaupt gar kein Umweltproblem hat, obwohl ich es bewiesen hatte. Und der Psychiater hat dann darauf gedrängt, dass er sich in eine Psychoklinik einweisen lässt und einer Psychotherapie zustimmt und nicht einer Bleiausleitung oder parallel einer Bleiausleitung. Das Ende vom Lied war es, wurde immer schlimmer. Er ist dann tatsächlich in eine Klinik gegangen. Er hat dem Psychiater mehr vertraut als mir. Und ja, die Geschichte nahm letzten Endes ein doofes Ende, sage ich mal. Also sowas muss man auf dem Bildschirm haben. Und ich habe ihm das natürlich verziehen. Ich habe es nicht verstanden, aber ich habe es ihm verziehen. Scheinbar war die Depression schon so weit fortgeschritten durch dieses Blei. Der Unfall lag schon einige Monate zurück, dass eben hier das klare Denken oder die klaren Schlussfolgerungen für ihn nicht mehr möglich waren. Leider Gottes. Bleiben wir beim Thema Nervenstörungen. Blei haben wir schon genannt, Quecksilber, Gedächtnisprobleme, Konzentration, zentrales Nervensystem. Cadmium macht eben solche Muskeln, solche neuromotorischen Probleme. Und Zinn kann das Lernen und das Verhalten negativ beeinflussen. Ist jetzt das unbedingt notwendig, wenn Sie ein Kind haben, das schlecht lernt, dass Sie einen Schwermetalltest machen? Die Frage kann ich Ihnen so nicht beantworten. Aber ich würde hier so vorgehen, dass ich natürlich mal mit dem Kind den Arzt aufsuche und mal überprüfen lasse, beispielsweise in einem Hämatokrit-korrelierten Vollbluttest und schaue, fehlen hier irgendwelche Nährstoffe? Und wenn ich die Nährstoffe aufgefüllt habe, denn ich sehe sie in meiner Praxis tagtäglich, wenn man Nährstoffe auffüllt bei Kindern, die schlecht lernen, vor allem das Eisen oder auch andere Nährstoffe, dann tun sich die Kinder wirklich leichter und manche Eltern sagen wirklich Problem gelöst. Wir haben jetzt wieder ein ganz normales Kind. Das Krasseste, was ich erlebt habe, war von einem Fünfer-Schüler auf einen Einser-Schüler binnen zweieinhalb Monaten. Er war immer ein Fünfer-Schüler. Wir haben die Mineralstoffe gegeben nach zweieinhalb Monaten, hat einen Lernfleisch entwickelt und alles. Und es ist viel ihm einfach leichter. Und er ist jetzt tatsächlich ein Einser-Schüler. Krasse Geschichte. Auf jeden Fall, ich würde dann wirklich so vorgehen, wenn hier Mineralstoffe dann gegeben wurden und nach einer Zeit tut sich immer noch nichts und man hat wirklich so den Verdacht, vielleicht die Mutteramalgam drin gehabt oder ambivalent irgendwie mit dem Wasserhahn, was auch immer, dann gehört das einfach mal irgendwann gemacht, wenn das Kind dementsprechend alt ist. Das muss man jetzt nicht mit vier, mit fünf oder mit sechs machen, sondern man kann es mit acht, neun, zehn, elf machen. Ich habe jüngere Kinder auch schon ausgeleitet natürlich, aber da stehen dann meistens veritable handfeste, Krankheitsbilder dahinter. Mir kommt jetzt gerade eben ein Junge in den Sinn, weil ich ihn gestern mit dem Vater gesprochen habe. Das Kind hatte epileptische Anfälle. Wir haben also wahnsinnig hohe Mengen an Quecksilber gefunden, relativ jung noch, fünf Jahre. Und wir haben jetzt ausgeleitet und das Kind ist jetzt sensationell schon seit über 14 Monaten komplett anfallsfrei. Ein Spezialfall ist Aluminium. Aluminium, da gibt es Studien darüber, dass das Alzheimer-Risiko durch Aluminium erhöht ist. Ebenso das Parkinson-Risiko. Hier werden derzeit weitere Studien gemacht. Also man darf gespannt sein. Die Schulmedizin ist etwas, was hier absolut in die Forschung eingestiegen ist. Wundert man sich ja häufig, aber hier wird wirklich geforscht mit dem Aluminium und mit diesen beiden Erkrankungsbildern. Was ganz, ganz häufig ist, sind Schleimhautveränderungen. Und zwar gibt es viele Patientinnen und Patienten, die schon ewig von Arzt zu Arzt laufen mit offenen Schleimhäuten im Mundbereich beispielsweise, wo keine Toleranz mehr da ist gegenüber Säure. Ich hatte also einen Arbeiter mal aus der Automobilindustrie, einer meiner allerersten Schwermetallfälle hier in der Praxis. Und dieser Patient hat also überhaupt gar keinen Apfel mehr essen können. So schlimm hat er reagiert mit seiner Schleimhaut auf die Säure des Apfels. Und was wir dann gemacht haben, war ebenfalls ein Schwermetalltest. Er hatte die Bleibelastung eine hohe. Und ich habe dann eine Infusion gegeben und er hat mich schon nach der ersten Infusion angerufen und hat gesagt, er kann jetzt wieder problemlos Äpfel essen. Und dieser Zustand war schon drei, vier Jahre. Wir haben dann natürlich fertig gemacht, alles ausgeschieden. Er wurde dann immer klarer im Kopf auch, konnte sich immer besser konzentrieren und hat dann am Ende des Tages auch wieder seine volle Leistungsfähigkeit zurückerlangt. Ihm war aber erstmal wichtig, dass er dieses Problem mit den offenen Schleimhäuten los wird. Und ja, vielleicht haben Sie eine Freisetzung noch im Mund von kleinen Füllungen, die vielleicht neben anderen Füllungen sitzen, sodass es hier sogenannte galvanische Elemente gibt, sodass es also hier immer wieder zur Ionenfreisetzung kommt. Unerkannt natürlich. Oder Sie haben irgendwo eine Brücke, einen Inlay, was auch immer, Retainer, was auch immer, was eben hier eine kontinuierliche Freisetzung von Metallionen macht. Es muss dann gar keine Schwermetallbelastung sein, aber es kann durchaus sein, dass es dann einfach eine allergische Reaktion ist oder eine Kontaktallergie. Und häufig findet man dann einfach die Kombination einmal aus einer Schwermetallbelastung, wie beispielsweise jetzt Nickel im Körper und dann noch zusätzlich eine Allergie auf Nickel. Das ist natürlich dann Horror. Also Allergien ausschließen und eventuell sind die Schwermetalle dann auch verantwortlich für den Hormonmangel und dann im Nachgang der Hormonmangel verantwortlich für die Schleimhautprobleme. Ja, trockene Schleimhäute, vor allem bei der Frau, trockene Scheidenschleimhaut und so weiter. Da denkt man immer an einen Hormonmangel, ans E3 beispielsweise, ans Estriol, aber auch ans E2, ans Estradiol. Das sind also zwei Formen von Östrogen und auch ans Progesteron muss man da denken. Und häufig steckt dort hinter, unter diesem Problem quasi eine Schwermetallbelastung. Weiter geht es mit der Haut. Viele, viele Patientinnen und Patienten mit Schwermetalle haben auch Hautprobleme, Eczeme, eventuell schon über Jahrzehnte, eventuell auch nur an einer Stelle. Und ich sehe das immer und immer wieder, dass häufig, häufig hier Nickel ein Problem spielt. Und es ist auch wieder häufig, dass man, weiß ich, zur Hochzeit irgendwelche Töpfe geschenkt bekommt. Das gab mal eine Firma, sehr, sehr hochpreisig, wo die Töpfe regelmäßig Nickel ausgeschieden haben. Und achten Sie wirklich drauf, auf Nickelfreiheit suchen sich Hersteller aus, die damit werben. Oder gehen Sie auf andere Materialien, beispielsweise Emaille oder irgendwie so etwas. Und dann haben Sie dieses Nickelproblem weg. Wasserhähne habe ich schon erwähnt mit den Bleibelastungen. Ich empfehle übrigens eine Umkehrosmoseanlage mit Remineralisierung, damit Sie also auch immer ein klares und schönes Trinkwasser haben. Und die Müdigkeit ist auch so eine Sache. Man weiß ja schon, Blei an die Müdigkeit, also Blei und Müdigkeit ist ein Thema. Und Müdigkeit sieht man auch sehr, sehr häufig bei Schwermetallfällen. Dann heißt das Diagnose chronisches Fatigue-Syndrom beispielsweise, chronische Depression, mittelgradige Depression, irgendwas. Oder mittelgradige Episode, was auch immer. Auf jeden Fall, es gibt hier einen Zusammenhang und es gibt mehrere Schnittstellen, wo sozusagen ein Schwermetall auch eben Müdigkeit auslösen kann. Einmal ist es die Blockade der Lebertätigkeit. Das heißt, ganz klassisch, traditionell chinesische Medizin. Aufwachen zwischen 1 und 3, beispielsweise in der Nacht ist die Leber. Oder eben auch Müdigkeit tagsüber, Suppenkoma, alles Probleme mit dem Leberstoffwechsel bzw. mit dem Glukosestoffwechsel. Und hier kann es eben durch die Zerstörung, durch die Blockade der eigentlichen Entgiftungsleistung der Leber eben zu einer Autovergiftung kommen. Oder zu einer, sagen wir mal, einer schlecht funktionierenden normalen Leberentgiftung für die anderen Giftstoffe. Und das kann zu Müdigkeit führen. Was auch sein kann, es gibt Schwermetalle, die eben zur Anämie führen, Blutarmut führen und dann sind sie auch fix und fertig. Der Körper bekommt den Sauerstoff nicht mehr ins Gewebe rein. Er kann auch viel, viel weniger Sauerstoff aufnehmen. Und auch das führt einfach zur Totalkapitulation, zur totalen Müdigkeit. Dann haben wir das Gehirn, das natürlich sehr, sehr sensibel ist auf Schwermetalle und dann eben auch sehr, sehr sensibel reagieren kann. Auch hier kann sich die Müdigkeit hinter einer Schwermetallbelastung verstecken. Und letzten Endes nochmal die Hormonprobleme mit der typischen Nebennierenschwäche. Sprich, im Laufe des Tages verbessert sich ihre Leistung und am Morgen sind sie fix und fertig. Sie stehen praktisch müde auf. Wenn Sie das haben, schauen Sie sich auf meinem Kanal die Videos an zum Thema Nebennierenschwäche oder auch zum Thema Progesteronmangel. Schwermetalle versus ATP-Synthese. Was meine ich damit? Wir haben, und das ist ganz interessant, in der... Ich mache es Ihnen nochmal schnell auf. Und zwar ist es ja beispielsweise so, wenn Sie hier eine Stadt haben, ja, und die Stadt wird mit Energie versorgt, dann haben Sie irgendwo das Kraftwerk. Und das Kraftwerk steht außerhalb und das Kraftwerk schickt seinen Strom in die Stadt. Im Körper ist das allerdings etwas anders. Wir haben also pro Zelle, da kann ich Ihnen jetzt nur eine falsche Zahl sagen, weil es eben so viele unterschiedliche Aussagen darüber gibt, zwischen 2000 und, sagen wir mal, 20.000 verschiedene Kraftwerke. Diese Kraftwerke heißen Mitochondrien. Sieht so ähnlich aus wie ein großer Wurm. Und in diesen Kraftwerken, da wird letzten Endes die Energie gebildet an einem fünfstufigen Schritt und hinten kommt ein kleiner Stoff raus. Dieser Stoff heißt ATP und dieses ATP ist letzten Endes dafür verantwortlich, dass wir Power haben. Und dieser Stoff ATP muss immer wieder aufgebaut und dieser Prozess ist sehr, sehr sensibel. Das sind die sogenannten Mitochondrien. Eins habe ich Ihnen hier aufgebaut und im Gegensatz zur Stadt, wo wir wohnen, produziert praktisch im Körper jede Zelle seine Energie selbst. Das ist der große Unterschied. Und hier kann es eben Störungen geben während dieses Prozesses, dass eben immer wieder dieses ATP aufgebaut werden muss. Eben im Elektronentransport oder Hemmung der Enzyme, beispielsweise das Kohlenzym Q10. Oder es gibt hier auch Probleme mit dem Kohlenhydratstoffwechsel. Beispielsweise die Schwermetalle können hier dann eine Störung machen im Kohlenhydratstoffwechsel und dann kann es zum Unterzucker kommen. Und auch hier haben wir dann ein Problem mit der Herstellung unseres Energieträgers, so ähnlich wie ein Brikett oder wie ein Superakku, der immer wieder vollgeladen wird. Muskel- und Gelenkbeschwerden, auch so ein Problem bei Schwermetallen. Warum ist das der Fall? Es gibt eine sogenannte neurotoxische Aktivität von Schwermetallen. Das haben wir schon gesehen, sprich sie greifen die Nerven an. Aber sie können auch eben den Muskel, die Muskelzelle direkt angreifen und zur Zerstörung von Muskelzellen beitragen. Und sie können dann auch die Nervenübertragung vom Nerven auf den Muskel stören. Die sogenannten Neurotransmitter sind hier zuständig. Das wird also, ich mal eben das auch mal kurz auf noch. Wir haben hier also den Nerv, der mit seiner Synapse hier quasi auf den Muskelbauch trifft. Also unten hier der Muskel, oben hier der Nerv, unten der Muskel. Und dann müssen gewisse Moleküle, die sogenannten Neurotransmitter, hier durchdiffundieren. Die werden freigesetzt und lösen dann hier praktisch die Muskelaktion aus. Und das versteht man unter Neurotransmitter, wenn man jetzt hier spricht von Neurotransmittern in Bezug auf Nervenmuskelreizweiterleitung oder Reizübertragung. So kann man sich das vorstellen. So kann es eben dazu kommen, dass Störungen da sind und auch wieder die Enzymhemmung, was eigentlich immer ist. Enzyme sind kleine Helferchen im Stoffwechsel. Und diese Enzyme, wenn die blockiert werden, dann können wir halt bestimmte Aufgaben einfach nicht mehr erledigen. Und dann kommen wir noch zu einem Begriff der Silent Inflammation, der stummen Entzündung. Das haben Sie bestimmt auch schon gehört. Schwermetalle können eben Silent Inflammation machen, eine stumme Entzündung. Eine Entzündung, die nicht jetzt mit hohem Fieber abläuft, wie beispielsweise eine Lungenentzündung oder wie eine schwere Grippe oder was auch immer. Oder eine infizierte Wunde. Sondern eine stumme, kleinere, leichtere Entzündungsreaktion, aber eine, die laufend da ist. Und diese Silent Inflammation, das ist etwas, was halt einfach unsere Blutgefäße überhaupt nicht mögen. Die können dann eben mit Atherosclerose oder mit Herzerkrankungen, mit Gefäßerkrankungen reagieren, wollen wir das jetzt einfach mal ganz, ganz an der Oberfläche belassen, dieses Thema. Und dann haben wir noch der Klassiker, die sogenannten gastrointestinalen Symptome. Für akute Schwermetallbelastungen oder akute Schwermetallvergiftungen liest man es immer wieder. Durchfall, Erbrechen, Übelkeit, der absolute Klassiker. So hat man also im Mittelalter die Leute malträtiert und vielleicht auf die Seite geräumt. Ja, die haben dann also schwerstes Erbrechen und so weiter bekommen mit Schwermetallbelastungen, mit Schwermetallvergiftungen. Denken Sie mal an Arsen und Spitzenhäubchen. Aber wir sehen ganz häufig bei chronischen Schwermetallbelastungen, dass eben die Schwermetalle auch die Darmflora ganz, ganz negativ beeinträchtigen können. Die Bakterien wachsen nicht in Anwesenheit von Schwermetallen und es kann dann eben auch zu sogenannten therapieresistenten Darmflora-Störungen kommen. Sprich, wenn Sie schon monatelang Bakterien essen und Sie haben wirklich ein hochwertiges Präparat, dann kann es sein, dass die Schwermetallbelastung, häufig sieht man dann noch tatsächlich Amalgam-Füllungen im Mund dieser Betroffenen, dass da eine Schwermetallbelastung vorherrscht und dass diese Schwermetalle dann tatsächlich die Bakterien am Wachstum hindern und deswegen sich ihr Mikrobiom, ihre schöne Darmbakterienwelt nicht weiter aufbaut. Bei mir Standardprogramm, bei Morbus Crohn, bei Colitis ulcerosa schließe ich immer eine Schwermetallbelastung aus, damit ich ganz hundertprozentig sicher bin, dass ich kein Immunproblem bekomme, denn das ist das Nächste, das ist aber kein Frühwarnsymptom mehr, sondern das ist schon eher eine Spätsache, eine Spätfolge von Schwermetallbelastung, denn Schwermetallbelastungen können hier bei Autoimmunerkrankungen jedweder Couleur eine ganz, ganz besondere Rolle spielen. Und schließlich noch Geruch- und Geschmacksstörungen, die sind ja so wieder während der Corona-Zeit in unser Gedächtnis gekommen, dass es die auch noch gibt. Heute war eben ein Patient wieder da, ganz aktuell. Er sagt, bei mir schmeckt alles wie verbranntes Plastik. Das ist also seine Geschmacksstörung. Er hat in seiner Armeekarriere, er war in einer Spezialeinheit und hat dort also mit Minen und mit allerhand Giftstoffen gearbeitet, mit Sprengstoffen und so weiter. Sie haben also auch Sachen in die Luft geblasen und so weiter. Der war richtig in einer Einheit, die, sagen wir mal, scharf geschossen hat und auch scharf trainiert hat. Wir haben beispielsweise bei Sportschützen mittlerweile in fast allen, ich glaube, in allen Bundesländern bei Sportschützen mittlerweile ein Verbot für bleihaltige Munition beispielsweise. Und wir haben auch bei Schießtrainern, bei der Polizei beispielsweise, Bleiverbot. Früher waren es also bleihaltige Munitionen. Warum? Dort hat es eben eine sehr hohe Anzahl von Krebsfällen gegeben, sodass man also reagiert hat und hat gesagt, nein, wir müssen jetzt hier bleifrei schießen. Es gibt übrigens Sportschützen, die immer noch ihre Munition selbst gießen mit Blei. Sie sind vielleicht schon aufgefallen, Sie kriegen im freien Handel kein Bleigießset mehr für Silvester, sondern es ist mittlerweile ein Wachsgießset. Das sind also alles Gründe, wie man eben still und stumm das Blei aus dem Verkehr zieht. Letzten Endes, dass wir keinen Kontakt damit mehr haben. Und eben jetzt auch hat es die Schieß- und Jägerszene letzten Endes auch zum Glück erwischt, weil ich habe so viele Jäger schon gesehen, die wirklich eine massive Bleibelastung hatten. Gut, Geruch, Geschmack. Hier kann eben die Eigenwahrnehmung gestört sein, was absolut nervig ist. Denken Sie auch an einen schlechten Geschmack durch ein SIBO. Was ist ein SIBO? Das ist ein Problem der Darmflora, wenn also Dickdarmbakterien in den Dünndarm einwandern. Und hier kann es also zu ganz üblem Mundgeruch beispielsweise kommen, zu ganz üblen Geschmacks, selber Geschmacksstörungen. Und letzten Endes bei therapieresistenten SIBO-Zuständen schaue ich immer wieder, Overgrowth ist auch ein Begriff dafür, schaue ich immer auch die Schwermetalle mir an. Ganz typisch auch der metallische Geschmack. Oftmals hat man dann unterhalb einer Füllung dann doch noch einen Rest Amalgam beispielsweise. Und das ist ein Problem, dass man hier häufig einen sogenannten Metallmix im Mund hat. Und dieser Metallmix im Mund, der führt dann dazu, dass immer wieder freie Stoffe frei werden, also freie Schwermetalle im Mund herumschwirren und dass ständig quasi hier freie Ionen nachgeliefert werden. Also eine üble Sache, wenn quasi zwei verschiedene Materialien nebeneinander verbaut sind, mit unterschiedlichen, ja zwei Füllungen mit unterschiedlichen Inhaltsstoffen, unterschiedlichen Metallen, dann kann es eben durch das saure pH-Milieu im Mund dazu kommen, dass eben hier Schwermetall ständig frei wird. Meine Tipps zum Abschluss. Klären Sie die Schwermetalle ab, wenn Ihnen eines dieser Symptome ja nicht so richtig koscher ist, wenn Sie merken, oh, da könnte ich tatsächlich betroffen sein beispielsweise, ja. Achten Sie auf eine gute Ausleitung. Auf meinem Kanal habe ich schon viele Videos dazu gemacht. Und glauben Sie bitte keinen Spezialisten, keinen, die Ihnen mit dem neuesten Schwermetallausleitungsmittel ums Eck kommen, sondern glauben Sie nur Ihren eigenen Laborwerten. Was wurde bei mir gemessen? Und die Blutwerte, die sind eben nicht geeignet, Sie brauchen einen Provokationstest, damit eben die Schwermetalle, die im Bindegewebe tief sitzen, rausgelockt werden, so können Sie sich das vorstellen, rausprovoziert werden und dann im Urin sichtbar gemacht werden. Das sind meine Tipps. Schauen Sie sich meine anderen Videos dazu an. Lassen Sie ein Abo da, ich würde mich freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, machen Sie es gut. Und wir sehen uns beim nächsten Video.